Es ist eines der berühmtesten Bilder der Welt, die Nachtwache von Rembrandt. Aber der Titel ist eigentlich falsch, denn das Bild spielt nämlich gar nicht nachts. Das sieht nur so aus, weil das über die Jahrhunderte gealtert und verschmutzt ist. Bäh, deine Küche ist mega dreckig. Nee, das ist eine Nachtküche. Gezeigt wird hier die Amsterdamer Bürgerwehr. Überall sieht man Waffen, nur er hier passt nicht so ganz rein. Okay, wir sind ready. Cool, ich auch. Wie Rembrandt für dieses Gemälde bezahlt wurde, ist richtig lustig. Und zwar musste jede Person einzeln zahlen, dass sie auf dem Bild ist. Und der Vordergrund war natürlich teurer als der Hintergrund. Und er hier wollte scheinbar Geld sparen. Es ist völlig absurd, die Nachtwache ist so wertvoll, dass sie eine eigene Falltür hat. Das heißt, wenn es mal brennt, kann das Bild über eine Rutsche abtransportiert werden. Man kennt sie, die Rembrandt-Rutsche.